Wir sind bei 5 Minuten und ich kann jetzt ehrlich gesagt noch nicht sagen, wie es aussieht. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum vorletzten Halt. Alle richtig, ja. Der nächste wäre dann der Endboss. Ähm, Pengus, wie wird das jetzt schaffen? Ich hoffe, schnell genug. Dann haben wir auch noch genug Zeit für den Endboss. Ich hoffe, sie verstehen auch den Endboss, denn der macht wie jeder... Also, man könnte sagen, meinetwegen auch einen Instanzenboss. Ist ja alles instanziert. So, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ach, verdammt. Okay. Backhauen, backhauen. Bleib mal hier mit auf der Seite. Das ist nämlich der zweite Angriff. Ich bin nämlich schon gefragt, wenn ich mein Assault aufbrauche, dann ist er ja noch nicht ganz, da kommt ja nicht gleich der Cooldown. Hier, trigger the Assault again to strike with a sweeping attack that deals area damage. Ähm, wenn ich das richtig sehen habe, dürfte es wahrscheinlich außer 90 Grad sein. Ähm, ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Sobald es... Sobald es angebracht ist, wie beispielsweise jetzt, so und jetzt, zack, habt ihr gesehen. Nee, das ist wieder 90 Grad, das sind mehr. Das sind vielleicht sogar 360, 90, 40. Das ist nicht so ganz. Aber warte mal. Mwahaha. Wie ich denn auch hier so schön fett angestört habe. Yes. Bleib weg von mir. Oh ja. Das sind 360 Grad fein, ne? So, jetzt kommt gleich die letzte Welle. Mit einem Zwischenbass mal wieder. Test Subject Storage. Ich bin mal gespannt, wie das hier noch weitergeht. Es ist ja immer noch eine Closed Beta. Dieses Spielchen hier. Okay. Okay. Gerade eben kann ich das, glaube ich, nicht machen, oder? Geh weg von mir, du hässiger Zombie. So. Kill. The Horde. Weißt du, ob ich da oben bin? Irgendwann klar ist, wo bin ich denn? Ja. Bleib hier drinnen. Zack. Yes. Das sieht gut aus. Vorwärts. Und zack. Ab. Das erste Mal, wo er nicht so rund hofft, dass er so ein bisschen cooler ist. Das wollte ich noch gar nicht. So. So. Das wollte ich eigentlich auch nicht. So. Was macht er? Also. Zum einen. Es kommen hier. Random. Und, äh. Zum einen, wie man hier gerade sieht. Knull das. Knull das. Er visiert in dem Moment einen an. Bam. Weg. Und. Er stürmt. Das ist der richtige Moment. Um aufzupassen, ihm auszuweichen. Dann donnert er gegen die Wand. So wie jetzt. Okay. Sehr gut. Und er ist eine kurze Zeit lang betäubt. Bam. Okay. Das bringt tatsächlich was. Das sehe ich. Ich habe es gerade gesehen. Ähm. So. Weg. Okay. Es hat funktioniert. Und jetzt Schaden auf. Yeah. Da fällt gleich einer. Ah. Ah. Wo will er denn jetzt hin? Ah. Da hinten hin. Okay. Bam. Du bleibst da wo du bist. Ah. Ah. Das hätte ich brauchen können. Du Zipfelgletscher. Okay. Ich gebe noch eins auf Scharklone drauf. Und. Okay. Das bringt jetzt glaube ich. Obwohl doch. Ich versuche es mal. Ah. Da werde ich bestimmt da bist. Yep. Okay. Das war es. Scheiße. Okay. Jetzt Achtung. Aufpassen. Erstürm dich an. Okay. Das hat funktioniert. Aber ihr müsstet auch schauen, dass ihr die anderen wieder beliebt. Jungs. A Saffel. Dice. We can. We will get. Hervorragend. Danke Skywalker. Okay. Wir haben noch eine Minute. Das wird wahrscheinlich nicht für die Goldbewerbung reichen. Na ja. Kann schon. Jawoll. Los geht's. Wir müssen uns jetzt beeilen. Wie gesagt, für die zwölf Minuten wird es leider nicht reichen. Ist eigentlich schade. wird sich aufgées. Oh ja. Oh. Oh ja. Jetzt, jetzt. regnierema pukla hydro aufhören. O ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ach Großerich. Oh ja. Oh ja. Das schaffen wir natürlich nicht. Leider, da fehlt ein bisschen Schaden. Okay, ich nehme es doch mal instantil. Obwohl, ich hätte es mir eigentlich noch sparen können, aber egal. Scheiß drauf. Achtung, wo will er hin? So, wobei er nicht mehr stürmt, was jetzt wäre. Oh, okay, das war schlecht. Okay, ich muss mich verarzten. Es geht nicht anders. Ich hoffe, jemand schützt mich für einen Moment. Okay, wunderbar. Gut, das reicht für das Erste. Oh, oh, okay, okay, okay. Und... Jetzt los, wie doch! Ach, dann halt wieder Pumpgun-Feuer! Yeah! He's down! Oh, wo ist er da? Wieso bin ich schon wieder so weit hinten? Warum killen andere Mad-Somies? Ich verstehe es nicht so ganz. Bis gleich! So, das Ergebnis dieser Mission. Ich brauche echt noch eine ganze, ganze Ecke auf Level 3, was mein Account Level angeht. Dann Trinket Slot Level 10. A new Trinket Slot is available for this character. Okay. Und... Dann hier unsere Waffenstufe. Pumpgun is max. Die... Faust-Soffe wird es bald sein. Dann kriegen wir hier eine neue Waffe. Stock Shotgun. Hervorragend! Darauf habe ich gewartet. Und für die Silo-Medaille ein Gorilla-Tape. Abgesehen davon, dass es bei der Gold-Bewertung in einem der letzten Displays war es auch nur ein Gorilla-Tape. Wollen wir uns jetzt streiten? So, ich werde die natürlich herstellen. Ich habe kaum Materialien. Kostet mich daher auch 3.300. Und Craft. Das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Uh... Die sieht nett aus. Ja... Das ist nämlich genau das, worauf ich gewartet habe. Und... Dann können wir hier nämlich... ...den damit ausstatten. Die hat doch eins mit mehr Power, mehr Vitality, Attack-Speed. Die hat Defense, die alte. Und Fury. Die hat Attack-Speed und Critical Strike. Na gut. Equip. Und dann haben wir gleich unseren Spaß. Ich bedanke mich... Ne, will ich nicht. Ich bedanke mich für's Zuschauen in dieser Folge. Schau mich noch ganz kurz ins Inventar. Und dann sehen wir auch uns demnächst wieder. Tschüüss.